Hallo Freunde, heute wollte ich ganz gerne das Aldi Profi Ladegerät bei mir am Auto ausprobieren. So, schließen wir das einmal an die Autobatterie an, ein Plus, ein Plus, das ist ein Rot. Minus und Minus, das ist schwarz, ja wie man sehen kann, erkennt das Ladegerät direkt, was für eine Batterieart das ist. So, hier sagt er, aha das ist eine 12 Volt Deep Cycle Batterie, hier haben wir aber auch zum Beispiel AGM Gelbatterie zur Verfügung, oder 6 Volt Regulärbatterie, oder in keiner 12 Volt Regulärbatterie. Also in diesem Fall ist es die hier, das hat er direkt erkannt. Im Moment, ja hier ist der Status, es ist angeschlossen und das ganze hat 12 Volt. Also jetzt weiß ich gar nicht. Jetzt habe ich auf Fast Charge, also Schnellladen gestellt. Und jetzt sorgt das gute Gerät dafür, dass die Batterie auf die Schnelle geladen wird. Natürlich den Vorteil, das ganze muss nicht allzu lange hier stehen, draußen. Aber auch quasi im Winter auch den großen Vorteil, dass man tatsächlich die Batterie für kleines Geld am Leben hält. Das heißt, man hat länger was von der Batterie und kann den entsprechend natürlich Kosten sparen. Also bei mir habe ich jetzt im Moment eine Warte eingebaut. Ich weiß gar nicht, ob man das hier so direkt sehen kann. Nicht so wirklich. Auf jeden Fall ist eine 12 Volt, 70 Amperestunden Batterie. Und das reicht schon für eine Weile. Also die ist auch recht gut, zuverlässig, muss ich ehrlich sagen. Ich bin auch sehr damit zufrieden. Also bisher hat sie auch im Winter sehr gut ihren Dienst erbracht. Und jetzt möchte ich sie aber trotzdem zwischendurch einfach mal auch für das Video zum Laden stellen. Um quasi das ganze viel längere Zeit am Leben zu erhalten. Was gibt es noch dazu zu sagen? Das Gerät ist verhältnismäßig laut, sag ich mal. Jetzt wurde es hier auf dieses Fast Charge eingestellt. Wir können aber auch hier auf Normal Charge einstellen. Jetzt ist es von knapp 17 Volt auf 14,6 Volt gegangen. Das heißt, das pumpt nicht so viel Strom rein in die Batterie. Tut aber genauso seinen Dienst. Nochmal hier auf Start. Und wieder. Jetzt sind wir schon hier. Oh, jetzt sagt er ja schon geladen. 13,7 Volt. Charged. Das jetzt so stimmt, weiß ich gar nicht. Aber. Start. Jetzt ist es grün. Also entweder hat es jetzt innerhalb von den paar Minuten durch Fast Charge das ganze hochgepumpt. Die Batterie ist tatsächlich voll geladen. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich kann das jetzt mal probieren, indem ich einmal abklemme und wieder dran klemme. Und dann zeigt er mir aber trotzdem 13,6 Volt an. Und damit ist die Batterie eigentlich voll. Ne, der macht auch nichts mehr. 13,6. Also da kann man auch sehen, wie genial das Gerät ist. Das waren jetzt wirklich paar Minuten auf Fast Charge. Und die Batterie ist voll. Und die Batterie ist voll. Und die macht nichts mehr. Von 12 auf 13,6. Oder 13,5. Super. Ja, ich möchte jetzt keine Werbung dafür machen, aber für 40 oder 45 Euro bei Aldi, naja, kann man nicht meckern. Ein paar Minuten, Batterie geladen. Ich kann hier schon wieder abbauen. Ja, das war's schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nochmal ganz gut, so eine Batterie kostet um die 80, 90 Euro im Vergleich zu so einem Gerät. Also wenn man zwischendurch im Winterpammer lädt, dann ist das glaube ich schon eine feine Geschichte. Laut ist es aber. Das muss man ja sagen. Super laut. Das hört man auch glaube ich. Wow, das hört immer lauter. Ich glaube ich muss das mal abstellen. Zack. Fertig. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. 하게 Nothing. Ja, vielen Dank ja. Ich liebe dich Dragon. Dieaksi trauen sowas über die eigene Zeit vom Regen, vier. Vielen Dank.